Tü 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 tü. Hier haben wir noch einen Stick, den nehmen wir auch gerne mit. Und ansonsten heißt es Seegrasfarmen. So. Zack. Dann kann ich auch gleich mal gucken, wie teuer denn so eine Boi überhaupt ist. So. Das letzte Ding hier nehmen wir auch noch mit. Ja, komm. Zack. Und ab nach oben. Ab nach oben. So, ich kann nochmal einen Schluck trinken hier. Und dann wollen wir doch mal hier uns wieder ein bisschen was zu essen machen. So. Erstmal gucken, was machen unsere Seile. Acht weitere Seile. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann machen wir hier mal gleich weiter. Ähm. So. Drei Fische ziehe ich mal hier rein. Ja, komm. Brutzen wir das mal so direkt. Passt schon. So. Boah. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ich nehme mir einfach mal alles, was ich da habe. So. Ähm. Können wir upgraden? Wir können unser Messer tatsächlich upgraden. Ähm. Ja. Zack. Oh. Es geht sogar noch weiter. Okay. Auf 15 können wir das dann noch weiter upgraden. Okay. Wie sieht unser neuer... Oh. Heieiei. Okay. Ja. Okay. Wir haben unser Messer abgegradet. Ähm. Was sagt die Axt? Die Axt können wir auch gleich upgraden. Das ist ja phänomenal. Was soll man dazu nur sagen? Zack. Und auch die geht noch weiter. Das sieht irgendwie so ein bisschen bronzemäßig aus. Ja. Okay. Ähm. Den Speer können wir nicht upgraden. Das wäre auch das Netz, was wir erstmal upgraden können. Ein bisschen Scrap Metal. Ein paar Sticks und natürlich Seile. Okay. So. Dann müssten wir ja jetzt doch bestimmt, äh, schneller abbauen können, oder? Ich gehe doch mal sehr stark von aus. So. Ähm. Scrap Metal. Und jede Menge Seile. So. Dann testen wir doch mal hier direkt bei dem Seegras, äh, was das denn jetzt bringt. Ja, wir haben vorher, glaube ich, ein oder zwei Seegras bekommen. Und jetzt bekommen wir drei oder vier. Okay. Jetzt ist wieder plus eins. Kann es sein, dass die Chance einfach nur erhöht ist, dass wir da mehr rauskriegen? Ja, ich denke, es ist einfach effektiver. Also, unser Messer und unsere Axt, die, die sind einfach effektiver geworden. Das dürfte uns auf jeden Fall beim Farmen helfen. Das heißt, es, es, es dürfte halt einfach schneller gehen. Würde ich mal so sagen. So, das heißt, unseren Speer. Aber was soll denn dann, bitteschön, die Verbesserung beim Speer sein? Dass wir schneller zuschlagen können? Das wäre so die einzige Verbesserung, die ich mir vorstellen kann. Oder kriegen wir dann zwei Fische auf einmal oder so? Also, das, das Seegras fahren. Das geht jetzt auf jeden Fall besser mit dem, äh, mit dem, äh, verbesserten Messer. Das ist ganz gut. Da sind wir wesentlich effektiver unterwegs. Das heißt, wir dürften wahrscheinlich auch mehr Stickys bei irgendwelchen Wracks abbauen können. Das wäre natürlich auch recht nice. So. Ähm, da sehe ich gerade eine Kiste. Die schnappe ich mir mal. Die schnappe ich mir nicht, weil ich sollte mal ganz schnell auftauchen. Weil ich bin da mehr Sticken und das ist nicht gut. Oh, puh, 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 puh. Oh, man. Da bin ich hier echt, äh, äh, am, am Rand unterwegs. Da, da, da ist gar nicht mehr irgendwie was weiter. Aber dieses Fass hier, das hätte ich doch sehr gerne. So, mal gucken, was die neue Axt kann. Na ja. Geht das jetzt unbedingt schneller? Kommt da jetzt ungefähr mehr raus? Weiß ich gar nicht. Würde ich so ein, würde ich so ein bisschen bezweifeln. Also, ja. Na ja. Gut. Ich weiß jetzt ja nicht unbedingt. Ähm. Kann ich hier was abbauen? Kann ich hier drin was finden? Nicht unbedingt. Da sehe ich einen Doppelstick. Den grab ich mal. Ja. Stickies, Seaweed und, äh, Scrap Metal. Dann kann ich die dritte und erstmal letzte Aufrüstung mitnehmen. Ach ja. Ein bisschen abendliches Farmen. Man hat ja auch sonst nichts zu tun. Warum eigentlich nicht? Zack. Wiederkommen. Zwei Steine. Warum auch nicht. Kann man eigentlich mal mitnehmen. Brauchen wir später bestimmt. Der Typ, der kann aber auch lange tauchen. Ey. Leck mich am Arsch. Also, wegen Scrap Metal. Sehe ich jetzt nicht unbedingt sehr viel, was ich jetzt farmen könnte. Ach, puh. Okay. Schön, wenn wir mal zurück und geben unsere Sachen ab. Mal gucken, was wir so zusammenbekommen haben. Also, das, was wir an Seilen haben, müsste ja eigentlich schon reichen, sag ich mal. Eigentlich. Äh, wir können auch gerade mal eigentlich eine Dose nehmen. So, nehmen wir mal eine Dose und essen die mal. So, haben wir auf jeden Fall nochmal einmal Scrap Metal mehr. So. Ähm. Tööööö. Oh, ich hab ein... Oh, ich hab ein 100er Stack voll. Das ist, äh, interessant. Es geht also doch. Es ist machbar. Das wäre das Vollbekommen. Tatsächlich. So. Schönordentlich einsortieren. Okay, das heißt, Seile haben wir auf jeden Fall schon. Also, genug, wenn das jedenfalls durchgelaufen ist. Äh, 22. Ja, 10 Scrap Metal. Wir hatten hier drin. Äh, 3. Okay, Scrap Metal haben wir sogar schon genug. Das heißt, wir brauchen echt noch ein paar Stickys, ne? Okay, dann hol ich mir gerade mal das letzte Upgrade. Ein paar Stickys dürften ja... ...irgendwo zu finden sein. Ich schwirr mal hier so ein bisschen rum. Vielleicht mal in die Richtung. Da hinten geht's jetzt auch noch weiter. Oh, okay. Das, äh, lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Die... Die Tonnen sind hier respawnt. Die 3, die nehme ich natürlich mit. Bringt halt immer plus... War das nicht vorher auch so? Oder war das vorher immer nur plus 1? Es kommt mir schon vor, als geht das irgendwie ein bisschen schneller. Aber ich bin mir ja unsicher. Ich bin mir echt gespannt, was gleich bei dem Speer anders sein soll. Das frage ich mich ja echt. Tü, 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 tü. Oh, 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 oh. Hallöchen, da liegt ja noch was. Da sind doch genügend Stickys. Sehr gut. So, dann wollen wir nochmal. Oh, plus 3 jeweils. Ja, das Farmen geht schneller. Also, wenn man die Möglichkeit hat, abzugraden, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Das lohnt sich definitiv. Gut, dann holen wir uns gleich mal den Speer. Und dann gucken wir mal, was dann beim Jagen anders ist. Also gut, äh, Messer und Achse zu verbessern, das lohnt sich. Man kann wesentlich angenehmer abbauen. Und jetzt sollte ich mich mal auf den Weg nach oben machen, bevor ich hier noch ersaufe. Oh, das könnte diesmal echt knapp werden. Äh, ha, 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 boah, ich hab da auch ein Timing, ey. Gut. Dann würde ich mal sagen, schippern wir mal zurück und rüsten unseren Speer auf. Trinkflasch und Hammer geht ja leider nicht. Geht erst ab Level 15. Genau wie die anderen Werkzeuge jetzt erstmal. Mal gucken. Ich genehmige mir mal ein Schlückchen hier, damit unsere Trinkleiste wieder voll ist. Unsere drei Fische müssen jetzt eigentlich auch ready sein. Die kann ich mir gleich auch mal zu Gemüte führen. Komm, Junge, es gibt doch mal Gas hier. So, sehr schön. So, ähm, dann hole ich mir gerade nochmal die Seile hier ab. So. Dann müsste ich upgraden können. Watt. Ach, 20. Ach, wollt ihr mich verarschen? 20 Seile? Das ist ja wohl, das ist ja wohl. Oh, Alter. Okay, dann müssen wir tatsächlich noch ein bisschen warten. Dann esse ich erstmal was. So. Ein Fisch beinne ich mir auf Reserve. Okay, dann gucke ich erstmal, ähm. Nein, das wollte ich nicht. So, äh, wenn wir denn später ins zweite Gebiet fahren, brauche ich auf jeden Fall eine Markierung, um unsere Base wiederzufinden. Vielleicht machen wir ja auch generell mehrere Bases. Ähm, gut. Prinzipiell, es ist genau in der Mitte. Das dürfte ich eigentlich easy peasy wiederfinden. Aber eine Boje, einfach weil wir es können, wäre ja nicht so ganz verkehrt. Was kostet denn eine Boje? Vier Planken, acht Sticks und vier Seile. Ja, das ist doch easy. Dann crafte ich mir doch gerade mal eine Boje. So. Sehr schön. So, dann müsste ich mir die jetzt eigentlich, äh, hier irgendwo hinsetzen können, oder? Tatsächlich. Äh, wie ich ja megamäßig runtergejumped bin. Ah. Genau, und, äh, diese Boje, das ist nämlich eine, eine hochmagische Boje. Diese Boje, ähm, setzt, wie man oben rechts schon sehen kann, eine Markierung auf unsere Karte. Ja, sehr gut. Hammergeil. Okay, ähm, dann werde ich mir schon mal eine zweite Boje machen, für unsere spätere zweite Base, nämlich. Das ist nämlich, äh, hochgradig sinnvoll. Ähm, dann mache ich mir nochmal eine Boje, schon mal für später. Ähm, Wooden Platform crafte ich mir auch mal eine. Das ist nämlich das, was wir als erstes dorthin setzen werden, nämlich. Ähm, Workbench crafte ich auch eine. Das werden wir nämlich auch da später hinsetzen. So, ist auch gut, dass das hier in dieser unteren Leiste ist, ist es übersichtlich. Also, das werde ich dann sofort drüben platzieren, zusammen mit der Workbench und der Boje, damit wir wissen, wo wir unsere Base haben. Ähm, das andere, was ich dann wiederum brauche, das muss ich dann wiederum in der Workbench bauen. So, ähm, was machen unsere Seile? Vier weitere sind fertig. Äh, jetzt, jetzt habe ich natürlich hier wieder ein bisschen was verbaut. Zehn Scrap Metal, easy peasy, 30 Sticks, easy peasy, 20, ja, fehlen noch, fehlen, 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 fehlen immer noch, zehn. Äh, wir sind hier noch in der Mache, 15. Ähm, okay, das hatte ich hier schon raus. Ähm, was brauche ich denn noch drüben? Moment, das ist das Falsche, hier wollte ich dran. Ähm, ich brauche drüben auf jeden Fall das hier. Fünf Scrap Metal und acht Sticks. Ja, easy, crafte ich mir schon mal. Äh, zwölf Scrap Metal, vier Planken und acht Sticks. Okay. Dann kann ich mir den Kram zum Umziehen eigentlich jetzt schon mal komplett craften, tatsächlich. Ich nehme mal gerade die Planken mit. Das Ding ziehe ich hier in die zweite Leiste mit rein. So, die Sticks habe ich noch drüben gelassen. Ähm, da kommen Planken rein. Okay. Ähm, Water Distillery, craft. So, ähm, was ich drüben natürlich theoretisch auch noch brauche, ist natürlich der Kram mit dem, ähm, mit dem Seide herstellen, tatsächlich. Tü, 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 tü. Äh, nein, du sollst bitte hierhin. Äh, hallo? Bitte hierhin, dankeschön. So, ähm, der Kram mit dem Seide herstellen. Das hier, ein Drying Wack. Okay, kann ich auch craften. Okay, dann ist unsere, dann ist unsere Ausstattung zum Umsiedeln quasi jetzt schon fertig. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt natürlich, jetzt muss ich wieder Farmen gehen für, ähm, für das letzte Upgrade. Aber, unsere, ähm, unsere Umzugsvorbereitungen sind komplett abgeschlossen und wir haben auch schon zwei von drei Sachen abgegradet. Sehr schön. Wir kommen, wir kommen voran. Wir kommen auf jeden Fall voran. So, Scrap Metal, Sticks und Seile. Die Seile werden aber schon gemacht. Ja, easy. Easy, easy, easy. So, Sticks und Scrap Metal, alles klar. Let's do it. Da sehe ich doch schon wieder Kisten. Die geben uns Scrap Metal. So, die guten drei Kisten hier direkt unter uns. So, Plug und Scrap Metal nehme ich gerne. Okay, dann können wir in dieser Session doch noch ins zweite Gebiet rüberschippern und uns mal das große Riff angucken. Wobei, das Riff von 1 und das Riff von Gebiet 2, das ist ja mittlerweile zu einem großen Riff verschmolzen. So würde ich das mal bezeichnen. Sticks und Scrap Metal, das ist mein Ziel. Ich denke mal, die Fässer werden noch nicht respawn sein. Ja, ich schwimme mal hier rüber. Ist hier vielleicht noch etwas versteckt. Vielleicht gibt es hier auch ein paar echt geile Sachen, die man finden kann. Artefakte kommen ja später noch hinzu. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und mir gefällt echt, dass ich die Boje jetzt auch da auf der Minimap sehe. Oben rechts. Dann weiß ich nämlich genau, aha, da sollte ich eventuell auftauchen. Wenn ich ein bisschen was Geiles antreffen will, nämlich meine Base. Nichts an Stickies zu sehen. Da kann man drunter hertauchen. Ich tauche mal auf wegen Luft. Den Speer würde ich gerne noch upgraden und gucken, was denn dann beim Jagen anders ist. Das würde ich gerne noch machen, bevor wir ins zweite Gebiet rüberschippern. Ah, sehr gut. Da können wir Stickies farmen. Sehr, sehr schön. Harvest. Ich brauche Stickies. Ich denke mal, wenn wir dieses Bootswrack hier zerlegt haben mit unserem Messer, da hätten wir auf jeden Fall mehr als genug Stickies. Dann wollen wir nur ein bisschen Scrap Metal und das war's. Theoretisch könnte ich eine Dose essen. Vielleicht noch, dann nehme ich auf jeden Fall schon mal ein weiteres Scrap Mittel. Aber ich will den Speer upgraden. Vielleicht kann ich dann ja endlich besser jagen. Also ich nehme an Stickies auf jeden Fall mit, was geht. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal gar keine Probleme mehr mit. Unser Rucksack ist gut voll. Aber der soll auch ruhig schön voll werden. Ähm, vielleicht kann ich... Ich glaube, Stickies haben wir jetzt genug. Ich nehme noch ein paar Planken mit. Dann kann ich vielleicht doch eine zweite Plattform craften. Da können wir uns gleich drüben eine Doppelplattform machen. Tatsächlich. Und gleich muss ich eh zurück. Nicht nur wegen Sauerstoff. Okay, weil das Ding jetzt sowieso kaputt ist. Unser Rucksack ist nämlich auch fast... ...komplett voll tatsächlich. Ich genehmige mir mal einen Schluck. So. Da hinten sieht man schon unsere Base. Es wird auch so langsam dunkel. Ach ja, das Scrap Metal. Das gute alte Scrap Metal. Das mit der Boje gefällt mir echt gut. So. Alles klar. So. Ähm. Planken. Ähm. Ja, den Rest, den kann ich eigentlich mal behalten. Ähm. Zwölf Sticks. Ja, da kann ich tatsächlich, ähm... ...ne zweite craften. Dann kann ich drüben eine Doppelplanke machen. Dann wird das nicht so mega eng. Dann geht das schon klar. So. Was machen hier unsere Seile? Sieben Seile sind... ...mal wieder fertig. So. Was fehlt uns denn jetzt noch? Ein Scrap Metal. Wollte mich verarschen. Ja, dann esse ich, äh... ...jetzt noch eine Dose. Dann habe ich noch drei Dosen. Das geht gut und gerne. Klar. Äh. Use. Sehr gut. Und dann kann ich den Speer upgraden. Oh yeah! So. Wir haben alles upgradet, was wir upgraden können. Ähm. Ja, vielleicht ist der tatsächlich ein bisschen schneller. Vielleicht ist die Reichweite auch ein bisschen besser. Ich bin mir da nicht so sicher. Ähm. Ich werde auf jeden Fall schlafen, tatsächlich. So. Bis... Bis hier. Kurzer Sonnenaufgang. Wir hauen uns mal acht Stunden aufs Ohr und beschreiten den fünften Tag. So. New safe. Zack. Tag fünf. Sehr gut. Ähm. So. Nur mal einen Schluck zu trinken. Die Seile hier sind durch. Ich würde sagen, dann packe ich meine, meine sieben Sachen, wie es so schön heißt. Und dann verpisse ich mich hier auf ins nächste Gebiet.